Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Jetzt starten wir mit der Episode 3, Der Lange Weg und wir starten auch direkt. Laden. Die Gäste öffnen, wir haben uns getötet. Ich möchte wissen, warum du denkst, mehr Mals zu feeden war eine gute Idee? Du bist gut für mich und meine Familie. Du hast Duck aus diesen... Monsters geholfen. Und du bist zu Larry in der Drugstore. Ich werde das nicht vergessen. Keine Ahnung. Das sind die Leute, die in meinem Camp rauchten. Halt dich! Du sagst jemanden, wer du warst? Oder du warst dich zu diesem Ort? Das stimmt. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, du bist ein Körger. Er ist nicht tot! Somebody helfen mir! Komm schon! Wir wissen, dass dieser Mann nicht wird. Keine! Was ist das? Sounds wie ein Auto. Es ist ein vieles Essen und Essen hier. Wir müssen das, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Keine Ahnung, kleine Frau. Bandits haben ihre Augen auf das Dairy. As lange sie immer von ihnen kommen, du bist sicher. Ja. Thilltale Games präsentiert. Es ist Sommerbein mit Skybound Entertainment The Walking Dead Episode 3, Der lange Weg Das könnte problemlos verlaufen, wer weiß, mir gefällt das gar nicht Vielleicht, sie nehmen uns mit Überraschung Ja, je mehr ich sehe, desto glücklich bin ich Wir sollten gehen Wir sollten bleiben Wo sind eigentlich die anderen? Ein abgestürzter Helikopter Okay Dann kletter mal schnell hoch Okay Schauen wir uns noch erstmal hier unten um Okay, den Jeep, den können wir da hinschieben Was ist das? Die Winde Okay, mehr hat er nicht dazu zu sagen Vielleicht kann man ja Entschuldigung Die Winde nehmen und das Beton wegziehen Das hat ihren Dad niedergeschlagen Äh, du Ja schon, aber vielleicht hätten wir ihn auch wiederbeleben können Ähm, Achse eines Anhängers Ich frage mich zwar, was der jetzt vorhat, aber Naja Ich gucke mal erst mal, was passiert, wenn man das macht Wahrscheinlich fliegt die Leiter jetzt runter Okay, jetzt versuche ich mal Den Wagen, die Winde zu steuern Was dann passiert Ich glaube, sie versteht's Ich habe nicht gefragt Wo ist sie überhaupt? Angedockt So, dann steigen wir mal auf den Jeep Duck was asking about that guy at Herschels farm last night Really? I wasn't sure it phased him Of course it did Für ihn war es Beängstigend Er wird sich damit abfinden He'll get over it Herschels son is one of how many now? We've all seen a lot worse That's a fucking thing to say Talking about my kid here Es tut mir leid You're sure you're up for this Lee, I'm fine, I've got this Give me your hand Okay, jetzt zieh Shit Oh 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 Echt toll Was zum Teufel ist passiert? Bist du okay? What the hell happened? Thought you said you could handle it You ever been shot before? I'm sorry Christ You think you'd Oh nein Schrei doch nicht so Das sind viel zu viele Lee Wir müssen ihr helfen Oh mein Gott Ich bin mir jetzt echt nicht sicher Das verschafft uns ein wenig Zeit Jetzt aber schnell rein Oh mein Gott Das Geschreie Oh mein Gott Okay, dann gehen wir mal weiter We should be good to clear this place out But we ain't got all day Get everything you can out of these racks Don't forget underneath the counter this time I'll clear down here and then we gotta go Okay Den Schrank erst mal beiseite Was haben wir hier? Arzneikasten Okay, alles mitnehmen Alles einpacken Ist egal was Alles mitnehmen Okay, noch ein Riegel Was haben wir hier? Vorräte Alles mitnehmen Okay, ich glaube, das war's hier Okay Weiter geht's She's gone There's not much time now Ja, aber Okay, hier Super, super Okay Da ist noch was Medizin Okay, alles einpacken Wir haben keine Zeit mehr Ist da unten noch was? Okay, weiter rüber Okay, super Oh fuck Die Zeit ist knapp Die Zeit ist knapp Die Walker kommen fast rein Das stimmt allerdings Unsere Lieblingsstellen Scheiße, scheiße Kenny Kenny, hilf mir Was ist mit dir Nicht verkehrt Fühlschrank? Oh Wir müssen hier raus Oh fuck Okay Okay, ganz ruhig Oh man Das hilft nicht Okay Noch ein Schlag Warum schießt Kenny nicht? Okay Okay Schweingart Oh mein Gott Wir müssen hier raus Wir müssen hier raus Das Hotel Ich glaube wir haben es noch geschafft Oder ich sehe es Da sind die anderen Ihnen geht es auch gut Ich bin hier raus Ich bin hier raus Ben 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 Ich habe ein paar In der In der Ich habe sie auf meinem Walkie Hey Sweetpea Das ist Neat Ich Ich werde dich in einen Moment Viel. Was übrig war. Nichts. Also ich finde es einfach viel. Irgendwann müssen wir weg werden. Wir müssen bald gehen, Lilly. Ich weiß, Lee. Ich weiß. Eventually ist es anders. Hat es wieder, sind wir? Kann es, Carly. Don't boss people around. Ich bin sorry. Somebody needs to make executive decisions für die Gruppe. Ich glaube nicht mehr. Und nicht mit mir. Alles kann nicht auf die gleiche Begründung. Die Begründungen sind wahr. Natürlich sind sie. Ich bin nicht auf jeden Fall. Das ist für alle. Was ist die Ernährung? Was ist die Schutz? Was ist die Schutz? Was ist das, wenn dieses Ort fallen? Wer hat das nicht funktioniert? Wir haben alles. Wir haben alles. Tja. Wie ist das? In der Zeit auf jeden Fall. Wir können die Angst zu den Re компьютern.